Hallo Freunde, wir haben hier zwei Fräsche gefunden und ein Ei im See, ein Entenei. Mal gucken, ob der Vivi drin ist. Können wir den Dingens kaputt machen? Ich glaube nicht, nein, wir machen den nicht kaputt. Hier sind zwei echte Fräsche. Die ist ganz echt, seht ihr, die springen. Der heißt Ben und der heißt Bello. Guck mal, darf ich, das Ei, das ist eine ganz normale Frösche. Aber nicht kaputt machen? Ja. Und wenn du das, Mama, wenn du das so kaputt machst, und das ist voll interessant im See, das sieht alles so schön aus da, ja Jason? Ja. Ich gehe da hin, so, wie, wie, wie. Echt? Ja. Oder kann ich das nicht hören? Lass mal hören. Oder kann ich das nicht? Hörst du das? Was? Da drin höre ich nichts. Ich dachte so, so bluuu. Ne, einfach so ein Ei abgelegt. Okay. Und dann nehmen wir den mit? Oder legen wir den wieder zurück? Nehmen wir ihn mit. Nein. Ja, und dann? Was denn hier? Der muss aber in die Wärme. Ui. Da muss man immer drauf sitzen. Ui. Da muss man immer drauf sitzen. Was ist auf dem Kuscheltier? Was kuschelig ist auf ein Kuscheltier? Rote Lampe brauchen wir dann. Rote Lampe brauchen wir dann. Rote Lampe brauchen wir. Ja, aber man kann nicht jedes Ei. Wir brauchen Broteier. Legen wir den... Legen wir den wieder zurück, ne? Nein. Ah, ich bring den wieder weg zu essen. Nein. Nein, Papa. Ja, willst du da drauf sitzen? Zehn Stunden jeden Tag? Mit deinem Po? Ich will nicht schlafen, Mama. Ja. Isst du ihn abends auf? Nein, mein Papa, bitte. Was bitte? Mama, ich weiß, ich brauch's. Wir kommen ja nochmal hier hin. Vielleicht finden wir hier Babys nächstes Mal. Weißt du? Nein, Papa, bitte. Was denn? Was haben? Was haben? Was haben? Guck mal, wie viele Frösche da sind. Guck mal, da sind wieder Frösche. Wo? Da hinten. Da. Da. Zwei Stück aufeinander. Hier siehst du. Das ist ein Loch. Vorsicht, tritt nicht drauf. Das ist ein bisschen großer. Das sieht anders aus. Da sieht andere jetzt. Wo gibt's doch ihren Stein noch haben. Oh, 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 oh. Komm, geh raus. Ich geh hier ein. Das ist voll gefährlich hier zu stehen. Das ist voll heftig. Wenn ich lange stehe, gehe ich so runter. Übel. Ja? Ja. 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 Ja, nicht drauf treten. Ja, was ist das mit? Da klappt vielleicht gar nichts mit dem Küken. Da ist ja kein Küken. Vielleicht. Ich weiß ja nicht genau, ob der Küken drin ist. Ja, wir kommen hier nach. Hier ist da mal ein Küken. Was? Der Küken ist da mal ein Küken. Nein, nein. Da ist keiner. Da ist keiner. Er stirbt, wenn da ist kalt im Wasser. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kinder. Ciao, ciao. Ciao. Lass mich jübeln. Er stirbt. Cooles Trecker, Angelina. Ja. Das kann man jetzt durch. Okay? Ja. Ja, wir müssen los, sonst wird krank. Komm. Ja, komm, wir gehen. Aber hier gehen das Ei haben. Das Ei ist im Wasser. Komm. Aber bitte. Das ist ein Ei. Er stinkt dann. Das ist ein normales Ei. Nur groß. Komm, wir werden nächstes Mal besuchen. Ei gucken. Ja, wir kommen in einer Woche hier hin. Wir müssen gucken, diesen großen Stock. Und dann da ist er. Merken, wo dieser große Stock ist. Ich merke. Und dann füllen wir ganz viele Frösche. Wir werden ganz viele Frösche fangen. Und dann tun wir die alle in diesen Teich reinsetzen. In Eimer oder so. Das ist eine coole Idee, oder? Ganz in Eimer Frösche. Wir nehmen Klamotten mit Essen. Grillen. Grillen wir Frösche. Ja. Er ist ja Fröschenkel. Frösche. 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 Hast du noch nie Frösche gesehen, so live, oder? Ja. Ja. Kannst du noch nie Frösche gucken? Ja. Erst im Wasser. Komm, wir müssen noch gehen. Wir müssen noch gehen. Schau. Schau. Ich lasse nicht hier. Nein, ich trage. Ich fahre keinen. Der ist direkt gestört. Oh. Schau. Ich aber. Ich bin noch mal. Nein, es gibt Schweden. Nein, wir müssen schnell gehen. Wir müssen noch ganz viel machen. Ach, was? Jason. Ah, Hose. Jason, положi Hose. Nimmst du deine Hose, Jason, mit? Wiener weg. Wiener weg. Wiener weg. Ja. Okay, Kids. Ciao. Ciao. Ciao.